...computer der Welt für die nächsten drei Wochen, der Metal Void. Den nehme ich, aber nur dann, wenn Sie mir viel Geld für Dienste abknöpfen, die Google-Tratis anbietet. Das habe ich schon. Super. Dieser Computer ist toll. Ich sehe mir den neuesten Sophia-Copola-Film in 20-facher Geschwindigkeit an, damit er aussieht wie ein normaler Film. Jetzt ist er aber stehen geblieben. Oh nein, der Vogel hat sich gerade bewegt. Aber auch sehr kraftig.